Robert Anthony De Niro, geboren am 17. August 1943, ist einer der berühmtesten und einflussreichsten Schauspieler seiner Generation. De Niro wurde in New York geboren und begann seine Schauspielkarriere im HB-Studio, am Stella Adler Conservatory und im Ektas-Studio von Lee Strasberg, wo er seine Leidenschaft und sein Talent entwickelte. Der Niros erste Zusammenarbeit mit dem Regisseur Martin Scorsese im Film, Mean Streets, von 1973 öffnete eine große Karriere-Tür. Er hat seine Vielfalt und sein Talent durch viele herausragende Rollen unter Beweis gestellt und Anerkennung und viele wichtige Auszeichnungen erhalten. Mit zwei Oscars in der Hand, einem für die Darstellung von Vito Corleone in Der Pate 2, 1974 und einem für die Darstellung von Jake La Motta in Raging Bull, 1980, hat De Niro seine Exzellenz nicht nur durch die Schauspielerei, sondern auch durch seine Gestaltung unter Beweis gestellt und Fähigkeit, sich an den Charakter anzupassen. De Niro ist nicht nur im Schauspielbereich tätig, sondern engagiert sich auch in der Filmproduktion und wurde mit der Film- und Fernsehproduktionsfirma Tribeca Productions mit Jane Rosenthal ein berühmter Produzent. Die Vielfalt seiner Karriere ist bemerkenswert, von berühmten Rollen in Taxi Driver und The Dear Hunter bis hin zu Komödien wie Meet the Parents, Analyze This und Analyze That. Darüber hinaus nahm De Niro auch an Fernsehprojekten teil und erhielt besonderes Lob für seine Rollen in den limitierten Serien, Der Zauberer der Lügen und When They See Us. Mit einer Liste von Filmen, die als Klassiker des amerikanischen Kinos gelten, ist Robert De Niro nicht nur ein Hauptdarsteller, sondern auch ein Symbol der Filmindustrie, das viele Generationen von Publikum und Künstlern stark beeinflusst hat. Robert De Niros Karriere beschränkt sich nicht nur auf die Schauspielerei, sondern er zeigt auch Vielfalt durch Regie und Produktion. Er und Jane Rosenthal gründeten 2002 das Tribeca Film Festival, eine wichtige Kunstveranstaltung in New York, die dazu beiträgt, die Filmindustrie und die lokale Kultur zu feiern und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus ist De Niro ein Mann, der für seine Aufrichtigkeit und sein Engagement für soziale und politische Themen bekannt ist. Durch sein Engagement in der Philanthropie und die Nutzung seines Einflusses zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit hat er Integrität bewiesen und sich für Themen wie Menschenrechte, Umwelt und soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Mit mehr als einem halben Jahrhundert in der Filmindustrie ist Robert De Niro nach wie vor ein unbestreitbares Symbol für Talent und Einfluss in der Welt des Kinos. Sein Einfluss lässt sich nicht nur an Titeln und Auszeichnungen messen, sondern drückt sich auch in seinem tiefgreifenden Einfluss auf Kultur und Gesellschaft aus. Neben seiner künstlerischen und gemeinnützigen Tätigkeit ist Robert De Niro auch ein erfolgreicher Investor und Geschäftsmann. Er hat in viele Immobilienprojekte, Restaurants, Hotels und andere Unternehmen investiert, nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt. Sein Einfluss beschränkt sich nicht nur auf den Unterhaltungsbereich, sondern erstreckt sich auch auf die Bereiche Wirtschaft und Finanzen. Mit einer abwechslungsreichen und beeindruckenden Karriere wird De Niro nicht nur für sein schauspielerisches Talent, sondern auch für seine Standhaftigkeit, seinen künstlerischen Geist und seine tiefgreifende Vision in allen Bereichen, in denen er tätig ist, bewundert. De Niros Beiträge bereicherten nicht nur sein künstlerisches Erbe, sondern auch die Gemeinschaften und Gesellschaften, in denen er lebte und arbeitete. Mit einem Leben voller Erfolg und Ruhm ist Robert De Niro weiterhin eine große Ikone der Kunst und Menschlichkeit. Seine Multidimensionalität faszinierte nicht nur das Publikum auf der Leinwand, sondern diente auch vielen kommenden Generationen als Quelle der Inspiration und des Lernens. In seiner Karriere und seinem Privatleben behält Robert De Niro stets seine Prinzipien und Werte bei. Er ist ein bodenständiger und eher zurückhaltender Mensch, der Verwirrung und Kontroversen in den Medien oft aus dem Weg geht. Dies schmälert jedoch nicht seine Entschlossenheit und Geduld, sein Talent unter Beweis zu stellen und einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Mit einem Leben voller Erfahrung und Erfolg teilt De Niro sein Wissen und seine Erfahrungen oft mit jüngeren Generationen und ermutigt sie, ihre Leidenschaften und Ziele zu verfolgen. Er ist ein Mann mit Weitsicht und Engagement für seine Karriere und seine Ziele. Obwohl er viel Erfolg hatte, bewahrt Robert De Niro immer noch Bescheidenheit und Freundlichkeit in seiner Seele. Er ist ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, Bedürftige zu unterstützen und seine Freude mit ihnen zu teilen, vom Sponsoring von Wohltätigkeitsprojekten bis hin zur Förderung und Ermutigung junger Künstler. Robert De Niro ist nicht nur eine Ikone der Kunst, sondern auch ein Mann mit Vision und Mitgefühl. Seine Vielfalt und sein Einfluss bereichern nicht nur die Filmkultur, sondern verändern auch die Welt um ihn herum positiv. Das Privatleben von Robert De Niro verlief turbulent und beeinflusste seine Entwicklung in Kunst und Leben. De Niro wurde im New Yorker Stadtteil Manhattan in eine Familie mit unterschiedlicher irischer, italienischer, niederländischer, englischer, französischer und deutscher Herkunft geboren und wuchs in einem multikulturellen Umfeld auf. Die Trennung seiner Eltern, als er noch sehr jung war, hatte tiefgreifende Auswirkungen auf De Niros Leben. Er wuchs bei seiner Mutter in den lebhaften Vierteln Greenwich Village und Little Italy auf, wo er enge Freundschaften knüpfte. Auch wenn sich seine Eltern trennten, blieb sein Vater De Niro nahe und pflegte während seiner gesamten Kindheit eine enge Beziehung zu ihm. Während seines Erwachsenenalters sah sich De Niro vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen gegenüber. Er studierte an vielen verschiedenen Schulen, von der Grundschule über das Gymnasium bis zur Universität, und erlebte Veränderungen im akademischen und pädagogischen Umfeld. Obwohl er an renommierten Schulen studierte, gab De Niro sein Studium auf, um eine Schauspielkarriere einzuschlagen, eine Entscheidung, die sein Leben für immer veränderte. Seine Leidenschaft und sein Engagement für die Kunst leiteten De Niro auf seinem Weg, vom Schauspielstudium an Kunsthochschulen bis hin zu einer berühmten Karriere als Schauspieler auf der Leinwand. Die Erfahrungen und Schwierigkeiten in seinem Privatleben halfen ihm, sich zu einem der größten Schauspieler seiner Zeit zu entwickeln. Auch das Privatleben von Robert De Niro spiegelt die Multidimensionalität und Entwicklung eines Menschen wider. Da er aus einer Familie mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und religiösen Überzeugungen stammt, machte De Niro schon in jungen Jahren vielfältige Erfahrungen, die ihm dabei halfen, die Vielfalt in der Gesellschaft zu verstehen und zu respektieren. Die Trennung seiner Eltern, als er noch sehr jung war, löste vielleicht komplizierte Gefühle aus, half ihm aber auch dabei, Stärke und Standhaftigkeit im Leben zu entwickeln. Die Unterstützung seiner Mutter und die enge Beziehung zu seinem Vater waren für De Niro zeitlebens eine große Quelle der Ermutigung. Die Jahre, die er in vielen verschiedenen Schulen und Umgebungen verbrachte, halfen De Niro auch, sich selbst besser zu verstehen und seine Kommunikations- und Sozialkompetenzen zu entwickeln. Die Entscheidung, die Schule abzubrechen, um seiner Leidenschaft nachzugehen, ist auch ein wichtiger Schritt, der sein Engagement und seine Entschlossenheit gegenüber der Kunst unterstreicht. Schon als kleiner Junge in Little Italy wurde De Niro zu einer Ikone der Filmindustrie, behielt aber dennoch seine Prinzipien und Werte bei. Die Vielschichtigkeit und der Reichtum seines persönlichen Lebens sind für viele Menschen eine große Inspirationsquelle und zeigen deutlich den geduldigen und beharrlichen Geist eines wahren Künstlers. Das Privatleben von Robert De Niro bietet einen Einblick in die Vielfalt und den Reichtum der menschlichen Erfahrung. De Niro hat einen unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergrund und hat verschiedene Lebensabschnitte erlebt. Von seinen farbenfrohen Kindheitstagen in Little Italy bis hin zu den Kämpfen und Herausforderungen, einer der Hauptdarsteller seiner Generation zu sein. De Niros' komplizierte Beziehung zu seinen Eltern und die Trennung in jungen Jahren hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf De Niros' Seele und Denken. Diese Erfahrungen dienten nicht nur als Inspiration für seine künstlerische Karriere, sondern dienten auch als Grundlage für das Verständnis und die Achtung der Vielfalt in der Gesellschaft. De Niros' Entscheidung, sein Studium abzubrechen, um eine Schauspielkarriere einzuschlagen, zeigte De Niros' Mut und Standhaftigkeit gegenüber seiner Leidenschaft. Sein Einsatz und sein Engagement zeigen sich in jeder Rolle und jedem Projekt, an dem er teilnimmt. Mit einem Privatleben voller Nöte und Komplikationen ist Robert De Niro nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein Symbol für Standhaftigkeit und Entschlossenheit. Die Multidimensionalität und Tiefe seines Privatlebens sind eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für diejenigen, die ihrer Leidenschaft nachgehen und im Leben etwas verändern wollen. Die Vielfalt und Komplexität des Privatlebens von Robert De Niro ist ein wichtiger Teil des umfassenden Bildes von ihm. Von seinen turbulenten Anfängen bis zu seinem großen Erfolg auf der Leinwand war De Niros' Leben eine Reise voller Herausforderungen, Lernen und Wachstum. Was De Niro in seiner Kindheit und Familie durchlebte, bot ihm eine solide Grundlage für den Aufbau seiner Karriere und ein tiefes Verständnis für die Welt um ihn herum. Die Vielfalt der Ursprünge und Überzeugungen hat ihm geholfen, Unterschiede zu verstehen und zu schätzen. Und hat seine Sicht und sein Gefühl für Kunst und Leben bereichert, vom Schauspielunterricht im Alter von zehn Jahren bis zur Entscheidung, die High School abzubrechen, um seiner Leidenschaft nachzugehen. De Niro hat seine Entschlossenheit und seinen unerschütterlichen Geist unter Beweis gestellt. Seine Leidenschaft und sein Engagement für seine Kunst führten ihn zu einer herausragenden Position in der Filmindustrie. Das Privatleben von Robert De Niro ist eine reiche und vielschichtige Reise. Eine Inspiration für alle, die nach Sinn und Erfolg im Leben suchen. Seine Vielfalt, Standhaftigkeit und Entschlossenheit sind bewundernswerte Eigenschaften und eine starke Quelle der Ermutigung für diejenigen, die ihre Träume verfolgen. Das Privatleben von Robert De Niro ist eine Geschichte von Herausforderungen, Selbstbestätigung und Beharrlichkeit im Leben. Von seinen schwierigen Kindheitstagen bis zur Wahl seines künstlerischen Weges musste De Niro viele Hindernisse auf seinem Weg überwinden. Die Trennung seiner Eltern und das Leben in einem multikulturellen Umfeld haben ihm geholfen, die Vielfalt und den Reichtum der Gesellschaft besser zu verstehen. Diese Erfahrungen motivierten ihn, Flexibilität und Scharfsinn in der Kommunikation und Interaktion mit Menschen zu entwickeln. Die Entscheidung, die Highschool zu verlassen, um eine Schauspielkarriere einzuschlagen, war ein wichtiger Schritt in De Niros Leben und veränderte sein Schicksal. Sein Fokus und seine Entschlossenheit halfen ihm, Herausforderungen zu meistern und einer der Topstars der Filmindustrie zu werden. Das Privatleben von Robert De Niro ist eine Reise voller Kraft und Entschlossenheit. Eine Quelle der Ermutigung und Inspiration für andere, die ihre Träume verwirklichen wollen. Seine Geduld, Flexibilität und Standhaftigkeit sind bewundernswerte Eigenschaften und eine starke Motivation für alle. Das Privatleben von Robert De Niro ist eine Geschichte von Kampf, Standhaftigkeit und unerschütterlicher Entschlossenheit. Von den Nöten seiner Kindheit bis hin zu den Herausforderungen und dem Druck seiner Karriere hat De Niro ständig dafür gekämpft, seine Ziele zu erreichen. Die Trennung seiner Eltern in sehr jungen Jahren zu erleben, hinterließ tiefe Narben in De Niros Seele. Diese Erfahrungen waren für ihn jedoch auch eine Quelle der Ermutigung, sich ständig anzustrengen und im Leben voranzukommen. Die Entscheidung, das Studium aufzugeben, um seiner Leidenschaft für die Schauspielerei nachzugehen, war ein riskanter Schritt, aber eröffnete die Tür für De Niros zukünftigen Erfolg. Sein Engagement und seine Beharrlichkeit halfen ihm, alle Schwierigkeiten zu überwinden und zu einer Ikone der Filmindustrie zu werden. Das Privatleben von Robert De Niro ist eine Reise der Selbsteroberung und Selbstentwicklung. Seine Standhaftigkeit und Entschlossenheit sind nicht nur für seine Fans eine Inspiration, sondern für alle, die einen Weg gehen, der Anstrengung und Engagement erfordert. Das Privatleben von Robert De Niro war eine Reise voller Schwierigkeiten, Lernen und Wachstum. Von seinen schwierigen und turbulenten Kindheitsstagen bis zu seinem Erfolg und Ruhm auf der Leinwand hat De Niro in seinem Leben viele Höhen und Tiefen erlebt. Die Trennung seiner Eltern in sehr jungem Alter mag De Niros sensible Seele berührt haben, war aber gleichzeitig auch eine Quelle der Ermutigung für ihn, sich zu bemühen und im Leben erfolgreich zu sein. Er hat aus schwierigen Erfahrungen und von den Menschen um ihn herum viele wertvolle Lektionen gelernt. Die Entscheidung, das Studium aufzugeben, um seiner Leidenschaft für die Schauspielerei nachzugehen, war ein riskanter Schritt, aber die richtige Entscheidung, die den Beginn von De Niros großer Karriere markierte. Seine Beharrlichkeit, sein Engagement und seine unerschütterliche Entschlossenheit halfen ihm, alle Herausforderungen zu meistern und einer der Gründe. Wir können aber die Realitätsnähe nicht so ganz genau einschätzen und wir erleben ganz deutlich, dass wir einen Kontrollverlust realisieren müssen und haben mit einem Schlag unsere gesamte Komfortzone verloren. Also die bekannte Zone, in der wir uns ganz sicher fühlen, in der wir uns auskennen und diese Verhaltensänderung wurde erzwungen. Sie ließ quasi keinen Widerstand zu und der Schock war für uns einfach alle groß. Und aus den Mechanismen des Veränderungsmanagements wissen wir ja, dass jede Art von Veränderung oder Neuanpassung mit Form des Widerstandes verbunden ist. Also wir können das ja auch täglich auf den deutschen Straßen im Moment erleben, wie der Widerstand praktisch richtig hochkommt. Bitte die nächste Folie. Ja, genau. Das sind die Punkte, die ich eben genau fragen, die die Lehrkräfte sich zurzeit stellen in der gegenwärtigen Situation. Bin ich vielleicht gefährdet? Was sind jetzt meine Aufgaben? Kann ich an dieser Stelle was anders machen oder was verkehrt machen? Und sie haben hier ganz, ganz deutlich ein Bedürfnis nach Sicherheit. Auch die Frage, wie weise ich meine Stunden nach? Kontrolliert das hier jemand? Wo ich den Leuten immer sage, das wird kein Mensch überhaupt jemals kontrollieren. Die sind alle froh, wenn wir überhaupt unserer Arbeit gut nachkommen und neu organisieren. Die nächste Folie bitte. Als Mensch, der in der Leitung tätig ist, bin ich gut beraten, Transparenz herzustellen und die Person aus meinem Arbeitsumfeld direkt an Lösungen zu beteiligen. An der Lösung der Probleme. Es ist auch ganz wichtig, dass wir uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und Neuordnung vornehmen. Und so jetzt beginnen langsam die Strukturen neu zu legen. Und das sind aber lediglich die technisch formalen und handwerklichen Beziehungspunkte. Ein anderer Aspekt ist noch wesentlich bedeutsamer. Bitte weiter. Nämlich, dass wir die Seele von den Menschen nicht vergessen, mit denen wir uns beschäftigen, für die wir da sind. Bitte weiter. Es ist im Moment ganz wichtig, auch als Leitung die emotionale Zuwendung zu geben. Und zwar sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen. Es kommt aus meiner Sicht besonders darauf an, den Menschen Mut zuzusprechen oder auch ihnen Vertrauen zu geben. Und auch den Humor dabei nicht ganz zu vergessen. Und vielleicht schaffen wir es dann, so nach und nach ein bisschen mehr Gelassenheit im Umgang mit diesen Problemen zu kommen. Bitte weiter. Schön wäre es, wenn wir nach einer bestimmten Zeit, die uns noch begleiten wird, sagen können, wir bringen ein bisschen Geduld mit, wir bringen Gleichmut mit, wir bringen Gelassen mit. Auch wenn die Situation, in der wir uns befinden zurzeit, tatsächlich gerade schwierig ist. Vielen Dank. Hören Sie mich? Jetzt hören wir Sie. Ja? Okay, wunderbar. Ich schließe praktisch dort an, wo Volker Mansur aufgehört hat. Und zwar möchte ich noch einmal vertiefen, dass eine Krise immer geprägt ist durch Verunsicherung, das Gefühl von Ohnmacht und im Urgrund jedes einzelnen Menschen eben von Angst. Die Aufgabe der Schulleitung ist es dann, das Schiff oder die Schule durch die Krise zu steuern und auf Kurs zu bleiben. Das heißt, auf Kurs zu bleiben heißt immer auch, dass wir eine Mannschaft sind. Die nächste Krise, äh, die nächste Folie bitte. Eine Mannschaft bedeutet, dass wir gute Teamstrukturen bauen, mithilfe derer wir durch diese Krise hindurchkommen. Teamstrukturen, da möchte ich nur vier große Teambereiche anreißen, die immer multiprofessionell besetzt sein sollten und immer mit dem Tenor co-konstruktiv zu arbeiten. Ich denke, dass jeder von Ihnen bereits ein übergeordnetes Krisenteam hat, in dem die Kommunikationsstrukturen festgelegt sind, so dass eine gute Kommunikation zwischen allen Partnern möglich ist und in denen agil Umsetzung... ...